Musik Ihr Baufachzentrum an fünf Standorten in zwei Bundesländern mit insgesamt über 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche für Sie vor Ort. Es fing alles in Falkenhagen an. Wir waren damals ein Betrieb aus dem Landwirtschaftsbereich und hatten verschiedene Ziele zur Wende hin. Und eins davon war der Baustoffhandel. Und so ging das 1990 in den alten Hallen des ACZ in Falkenhagen los. Musik Mein Name ist Sandy Groth. Ich bin seit 1992 hier am Standort tätig. Musik Die Besonderheit am Standort Falkenhagen ist eigentlich unsere Trogtränke, befüllt mit ca. 28.000 Liter Imprägnierlösung. Und man kann Bauholz bis 12 Meter Länge damit imprägnieren. Musik Jeder Standort mit eigenem fachlichen Schwerpunkt. Musik In Holthusen zum Beispiel eine große Auswahl an Tiefbauartikeln. Musik Ja, mein Name ist Sven Jentsch. Ich bin seit 2007 im Unternehmen. Ich vertreibe und verkaufe hauptsächlich Baustoffe aus dem Bereich Tiefbau, Gartenlandschaftsbau, Pflaster, Borde, Rohre, Schächte. Alles unter der Erde und oben drauf. Musik Als Baustoffhändler für unterschiedlichste Bereiche ist das Baufachzentrum genau der richtige Partner für Ihr Bauvorhaben. Musik Dank ausgeklügelter Logistik und eigenem Fuhrpark gelangt das bestellte Material genau dorthin, wo es gebraucht wird. Auf Ihre Baustelle. Musik Mein Name ist Jörg Bulitz, arbeite seit 20 Jahren im Baufachzentrum Neuropeen. Die Leute, die hierher kommen, sind vorwiegend Handwerker und im Privatkundenbereich haben wir auch eine große Resonanz. Also wir sind offen, nicht nur für die Handwerksbetriebe, sondern auch für den privaten Bereich. Musik Die großzügig und modern gestalteten Ausstellungsflächen bieten viel Raum für kreative Ideen. Musik In Wittenberge entstand 2014 ein neues Holzlager, um noch schneller auf Ihre Wünsche reagieren zu können. Musik Kundenbindung wird im Baufachzentrum generell groß geschrieben. Mein Name ist Jens Scholz, ich bin Niederlassungsleiter im Betrieb Wittenberge, Lindenberger Straße. Wir machen gelegentlich ein Handwerkerfrühstück mit unseren Kunden, sag ich mal, um mal wieder ins Gespräch zu kommen, abseits vom Geschäft. Musik Mein Name ist Olaf Wielerung, bin Zimmermeister, bin seit knapp 20 Jahren selbstständig und Kunde beim Baufachzentrum. Ja, sind flexibel, schnell erreichbar, Preise sind in Ordnung und haben eben ein gutes Sortiment. Musik An jedem Standort gibt es einen Profifachmarkt, in dem Sie Zubehör rund ums Bauen gleich miterwerben können. Wir haben insgesamt ca. 110 Mitarbeiter aktuell, davon sind etwa 20 Auszubildende und die sind verteilt im gewerblichen Bereich, also sprich Lager, Fuhrpark und 60 aktive Baustoffverkäufer. Musik Denken Sie ans Bauen, denken Sie an uns. Ihr Baufachzentrum Musik 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 Musik